Jo Leute was geht ab jetzt hier kommt zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal und damals herzlich willkommen zu Lian und Aidi, hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, Kaiba, ich habe tatsächlich nicht die geringste Ahnung woher Kaiba oder woher dieser Begriff kommt, deswegen brauche ich da gar nicht erst fragen, ich habe eh keine Ahnung davon, wirst du wahrscheinlich auch nie ahmen, ich schaue mal ganz kurz nach, ne, auch süß, ich habe ja schon auch mit ihm ein kleines bisschen schon geschrieben, ja Instagram gönnt einfach mal wieder Arschritte, gell, gönnt einfach mal wieder gar nicht, gell, all die Nachrichten werden nicht geladen, kuss Instagram, kuss wirklich, Ah doch, jetzt, so, äh, okay, ja, 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 das war noch heute oben, ah hier, ach so, er hat, ach so, stimmt, er hat, ja, stimmt, er hat das ja gar nicht geschrieben, stimmt, ja, auf jeden Fall, äh, hat das mit irgendeinem Anime zu tun, ich weiß gerade nicht mit welchen, ich habe es gerade nicht im Kopf, aber, das ist mir gerade persönlich egal, mir geht es gerade eher um den Track, deswegen gehen wir rein, 3 Minuten 17, boah, gewin. Wait a minute, wait a, wait a, wait a damn minute, man, wait a damn, ey, für das Bild da gerade, was da eingeblendet wurde, kann ich nichts, das ist, warum auch immer, das ist, warum auch immer, frag mich nicht, äh, ich will mal eben nämlich was gucken, mich interessiert nämlich, ob es, äh, zu, einem der beiden Tracks, ein, ein Video gibt, das würde mich jetzt eben, nicht mal stark interessieren, Schade, 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 hätte ja sein können, egal, dann weiter geht's. Die Voice Effects auch wieder sehr geil, Voice Effects, sehr, sehr geil. Okay, Kuiper ist anscheinend irgendein Charakter. Guck sowas nicht, ne, also, ich hab keine Ahnung. Äh, dann bin ich doch, also, dann bin ich tatsächlich eher der, der irgendwelche US-Ami-Serien guckt. Äh, ich bin gerade dabei, The Walking Dead zu fetzen, hab aber keinen Bock, weiterzugucken. Irgend bei der Hälfte der Neunten. Ich hab keinen Bock mehr. Sie hat Blu, ist so wie Kaiba. Ihre Haare red wie Skybar. So wie du, hat sie mir Kaiba. Denn sie hat Blu, ist so wie Kaiba. Kaiba, oh. Ich hab Morio im Kopf, meine Homies gehen nach. Geht das Saison weiter, lande ich bald sowieso im Saal. Meine Exzim-Massazin ist mir egal, was du jetzt treibst. So viel Pain in meinem System, ich geh seit Tagen nicht mehr heim. Hab mein iPhone im Flight-Mode, Baby, sie weint bloß. Gibt es nichts, auch nicht dich, Adi, der mich von meinem Grind holt. So wie du, war zu mir keiner. Denn sie hat Blu, ist so wie Kaiba. Ich hab Morio im Kopf, meine Homies gehen nach. Geht das Saison weiter, lande ich bald sowieso im Saal. So wie du, war zu mir keiner. Denn sie hat Blu, ist so wie Kaiba. Sie hat Blu, ist so wie Kaiba. Oh, der Beat geht auch brutal zu in die Fresse, ne. Boah, geil, geil. Boah, geil. Also mir gefällt gerade wirklich am meisten der Beat und dieser Voice, äh, Voice-Effekt. Die Effekte sind einfach viel zu geil und passen einfach zu sehr zu diesem Beat. Holy shit. So wie du, war zu mir Kaiba. Klingt wie ihrer Perfekt. Sie kennt jede Karte, die ich spiel. Jedes Mal werd ich verlieren. Ich kann kaum noch Klares denken, doch für Klares sind mein Nürn. Ich werd blau wie Obelisk. Baby, glaub es oder nicht. Geh für sie ins rechte Schatten. Baby, reicht es oder nicht? Ich weiß nicht. Sternstaub-Augen und so viele sind neidisch. Bap ist ultra-rare mit nichts zu vergleichen. Spiel das Spiel, das Spiel ist auf meine Weise. Na, 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 na Sehr geiles Teil, sehr sehr geiles Teil Boah ich weiß gar nicht was ich wirklich sagen soll Aber sehr 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 geiles Teil Der Beat geht absolut in die Fresse Die Voice Effekte zu geil 10 vor 10 wirklich 10 von 10 Leute Holy Shit Leute wenn es euch gefallen hat lasst ein Like und ein Abo da schaut in die Videobeschreibung da ist alles verlinkt Und ja dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Bis dann Tschüssi Tschüssi Tschüssi